Ich muss einfach operiert werden. Ich bin heute nichts an zu meinem Frauenarzt gegangen. Und dann kam wirklich alles anders als erwartet. Ich bin eigentlich wegen einer ganz anderen Sache zum Frauenarzt gegangen. Aber ich hatte irgendwie schon die ganze Zeit ein mulmiges Gefühl. Ich war einfach so nervös, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Und jepp, ich hatte recht. Der Arzt meinte einfach, ich brauche eine Operation. Mit Narkose. Hatte jemand von euch schon mal eine Narkose? Und kann mir meine Angst nehmen?